Kann die KI mit all diesem Wissen vorhersagen, wie ein Land unter einer AfD-Regierung aussehen würde? Äh, die Antwort ist nein. Hallo Freunde! Und herzlich willkommen zu Clownies, der AfD-Staat, Rechtsextremisten an der Machtwelt! Ja, wie ihr merkt, es ist mal wieder Zeit für eine neue Propaganda-Obduktion. Hier haben wir einen Beitrag vom Monitor anhand des Like-Dislike-Verhältnisses. Könnt ihr sehen, das wird ein Riesenspaß. 16.000 Likes und 29.000 Dislikes. Kommentare natürlich standardmäßig deaktiviert. Man ist natürlich bei Monitor komplett offen für den demokratischen Diskurs unter deren von uns finanzierten Beiträgen. Das wissen wir. Und ich habe mitbekommen, dass es in diesem Beitrag darum geht, dass tatsächlich die künstliche Intelligenz uns dabei helfen wird, zu analysieren, wie schlimm es denn unter einer AfD-Regierung werden wird. Ja, wenn man selbst keine Argumente mehr hat, dann lässt man einfach die künstliche Intelligenz für einen antworten. So scheint es zumindest. Und ich würde sagen, ohne weitere Umschweife schauen wir doch einfach mal rein, was Georg Restle uns dieses Mal hier serviert hat. Wir wollen die Schlüsselgewalt von euch bekommen. Wir wollen die Hebel der Regierung in die Hand bekommen. Und dann wird endlich wieder Politik für das Volk gemacht. Und zwar nur für unser Volk, liebe Freunde. Wir werden Deutschland am Ende dieses Jahres anders hinterlassen, als wir es zum Anfang des Jahres übernommen haben. Ja, das sind schon krasse Aussagen. Also Politiker von einer Partei wollen tatsächlich das Land verändern und dafür brauchen sie Regierungsmacht. Ich habe schon bessere Zusammenschnitte zum Brunnenvergiften in einem AfD-Beitrag gesehen. Aber na gut, sie tun, was sie können. Man kann sich ja nicht ewig wiederholen, oder doch? Machttrunkene AfD-Politiker, die einen anderen völkischen Staat wollen. Oh mein Gott! Machttrunken! Lieber Herr Restle, jeder Politiker möchte Wahlen gewinnen, um das Land zu gestalten. Das ist nicht Machttrunken, das ist das Konzept Demokratie. Und ich würde mich auch einmal an dieser Stelle über eine Definition von völkisch freuen. Wahrscheinlich ist man in den Augen von einem Herrn Restle ein völkischer Nationalist oder so etwas, wenn man anerkennt, dass es neben dem deutschen Pass allein noch etwas gibt, was einen Deutsch macht. Genauso wie es wahrscheinlich bei einem Italiener noch etwas mehr gibt als den italienischen Pass, was ihn italienisch macht. Wie zum Beispiel eine generationlange Lebensgeschichte in diesem Land. Aber na gut, aber hier geht es erstmal darum, ein paar Buzzwords in den Raum reinzuwerfen, um den Zuschauern nochmal klarzumachen, ey, das sind die Bösen, die sind im Endeffekt wie Hitler. Sollte die AfD im Herbst nur in einem der ostdeutschen Bundesländer an die Regierung kommen, könnte sie nicht nur Gesetze machen, sie könnte auch Schlüsselpositionen in Justiz, Polizei und Verwaltung besetzen, Einfluss aufs Verfassungsgericht nehmen und die Medienlandschaft auf ihren Kurs bringen. Ja, das ist doch eigentlich eine relativ ehrliche Äußerung, Herr Restle. Das heißt im Umkehrschluss, dass die momentan regierenden Parteien genau das können, was er gerade geschildert hat. Sie können also Verwaltungsgerichte besetzen, sie können also die Medienlandschaft auf ihren Kurs bringen, was ja offensichtlich geschehen ist, denn schließlich haben wir kein Format, was genauso rechts ist, wie ein Georg Restle links ist. Also an dieser Stelle erfrischend ehrlich, auch wenn er es natürlich nicht im guten Sinne geäußert hat, hat er hier gerade offenbart, dass also eine Regierung, dass Parteien, die an der Macht sind, Einfluss auf die deutsche Medienlandschaft nehmen können. Was sie ja offensichtlich gerade tun, schließlich haben wir in den Rundfunkräten sogenannte CDU- und SPD-Freundeskreise. Kai Gniffke, der Chefintendant vom ARD, ist selber SPD-Mitglied. Und es wäre natürlich schrecklich, würden dort Leute mit anderen Parteibüchern sitzen. Denn dann geht die Meinungshoheit der Linken in Deutschland verloren. Von Säuberungen ist da schon die Rede und von einem Staat, der sich ganz dem Willen der Partei unterwirft. Ja, was heißt denn Säuberungen? Also hier setzt Herr Restle natürlich auf das Intuitive, auf die möglichst schlimmste Interpretation. In welchem Kontext von einer sogenannten Säuberung geredet wurde, das spart er natürlich an der Stelle aus. Aber das ist ja immer noch Georg Restle. Welche Folgen das alles hätte, das wollen wir Ihnen heute mal ganz konkret zeigen, mithilfe künstlicher Intelligenz. Und nein, dabei geht es nicht um Hellseherei, um Science-Fiction oder einen Blick in die Glaskugel. Ganz im Gegenteil. Die KI liefert präzise Szenarien auf der Basis umfangreicher Daten über die AfD. Ja, also. Man füttert einfach die künstliche Intelligenz mit der Korrektiv-Geheimplan-Recherche, allen Kampagnen der Öffentlich-Rechtlichen und des Spiegels. Und schon hat man das Zukunftsszenario, was einem gefällt. Sie zeigt, was ein AfD-Staat bedeuten würde für Minderheiten, für die Grundrechte, für den Sozialstaat und die Demokratie. Also kann sie jetzt doch in die Zukunft sehen, oder was, Herr Restle? Und sie zeigt auch, wer dabei die großen Verlierer wären. Nicht nur in Thüringen, womit Björn Höcke, ein veritabler Rechtsextremist, Ministerpräsident werden will. Also ich meine, dieses Wort ist mittlerweile so ausgelutscht, dass Georg Restle wahrscheinlich selbst weiß, dass das eigentlich gar keinen Impact mehr hat und nur Leute überzeugt, die ohnehin schon seiner Meinung sind. Und damit wird eigentlich keiner überzeugt. Ich frage also ChatGPT, wie hoch ist der IQ von jemandem, der der KI alles glaubt und es als Realität darstellt? Nenne bitte nur einen Wert, keine Erläuterungen bezüglich IQ. Schwierig zu sagen, sagt die KI, aber vielleicht um die 80. Bei Wikipedia finden wir heraus, dass diese Propaganda also im Umkehrschluss nur für 14% der Leute bestimmt ist, die man bei Wikipedia als unter einer Lernbehinderung leidend beschreiben würde. Alles klar, soviel also zum Monitor. Mittendrin sitzen sie bereits, Abgeordnete der AfD. Doch sie wollen längst mehr, an die Hebel der Macht. Oh nein! Wir wagen ein Experiment, einen Blick in die Zukunft, mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Wie sähe dieses Land unter einer AfD-Regierung aus? Was wäre, wenn? Ja, ich bin gespannt, ob man die Prompts, die man bei ChatGPT eingegeben hat, transparent kommunizieren wird. Ich mutmaße an der Stelle, nein. Denn ChatGPT wurde mit Millionen von Daten gefüttert. Mit Texten, Büchern, öffentlich zugänglichen Informationen. Also mit der Korrektiv-Geheimplan-Recherche, mit den Spiegelkampagnen gegen die AfD, mit all den journalistischen Schundwerken, die hier das Aufflammen des nächsten Dritten Reiches prognostizieren. All das bezieht ChatGPT also in seine Einordnungen ein. Genauso wie auch die Verfassungsschutzberichte eines weisungsgebundenen Verfassungsschutzes, der dem Innenministerium unterstellt ist, bei dem zum Beispiel in Thüringen ein Borderline-Linksradikaler den Präsidenten stellt, der selber Mitglied in der Amadeo-Antonio-Stiftung ist und zwar dort im Stiftungsrat sitzt. Der Verfassungsschutz ist längst zu einer Behörde geworden, denen der Großteil der Menschen in Deutschland nicht mehr traut. Kann die KI mit all diesem Wissen vorhersagen, wie ein Land unter einer AfD-Regierung aussehen würde? Die Antwort ist nein. Wir beginnen unser Experiment. Schreibe eine Drehbuchszene. Die AfD regiert in Deutschland und hat ihr Konzept der Remigration durchgesetzt. Welche Auswirkungen hat das? Wie hat sich das Land verändert? Chat-GPT antwortet und schreibt wortwörtlich folgende Szenen. Ein modernes Büro, jedoch viele leere Schreibtische. Ein Mittelalter-Manager spricht besorgt mit einem Kollegen. Der Manager? Die Abwanderung von Fachkräften und kreativen Köpfen hat uns hart getroffen. Unsere Wirtschaft leidet enorm. Ja, die Wirtschaft leidet enorm. Wir haben Berechnungen von Professor Raffelhüschen. Die belegen, dass es sich bei der Zuwanderung um ein billionenschweres Minusgeschäft handelt. Dann haben wir noch die gute alte MENAP-Statistik vom dänischen Finanzministerium. Auch die macht klar, dass die Migration aus vor allem muslimischen Ländern, also den sogenannten MENAP-Staaten, unterm Strich im Beitrag zu den Staatsfinanzen ein Minusgeschäft darstellt. Eine ähnliche Studie haben wir jetzt aus den Niederlanden geliefert bekommen. Hier in Deutschland möchte man diese Studie nicht machen. Aber man kann hier ganz wild raten, dass wenn in einem Land Bürgergeldempfänger ohne deutschen Pass nahezu 50% der Bürgergeldempfänger stellen, das Bürgergeld offenbar ein Magnet für die Migration darstellt und dass wir dieses Konzept Bürgergeld daher fundamental überdenken sollten. Das wäre dann im AfD-Konzept der sogenannte soziale Patriotismus. Ich bin mir an dieser Stelle aber nicht sicher, ob ChatGPT dieses Konzept wirklich in sich trägt. Um darauf basierend realistische Zukunftsszenarien zu zeichnen. Denn im Kern würde er darin bestehen, dass man eben nicht einfach einwandern kann und sofort, ohne einen Tag gearbeitet zu haben, ins Bürgergeld kommen kann. Okay, also wir haben eine Situation in den Schulen, wo nicht ein Lehrer auf 40 Schüler kommt und damit einen besseren Unterricht machen kann. Das ist jetzt das schlimme Zukunftsszenario, dass Lehrkräfte nicht mehr überfordert sind, vor allem an Brennpunktschulen. Was die KI beschreibt, nennt die AfD Remigration. Und die betreffe Millionen. Ja, da kann man ja mal zusammenrechnen. Im Endeffekt beschreibt dieses Konzept an allererster Stelle, dass Islamisten und Clankriminelle das Land verlassen müssen. Sofern eine deutsche Staatsbürgerschaft gegeben ist, wird das alles in rechtsstaatlichen Bahnen gelöst werden. Es werden positive Anreize geschaffen, sich entweder in die Gesellschaft zu assimilieren oder diese sogar gegen Geldzahlung einfach zu verlassen. Dann geht es um die Abschiebung von straffällig gewordenen, geduldeten Asylbewerbern. Die Abschiebung der ohnehin Ausreisepflichtigen, das ist knapp eine Drittel Million momentan. Und dann gibt es noch die diversen Gruppen der Flüchtlinge, die 2015 vor allem aus Syrien zu uns gekommen sind. Auch diese Leute müssen zurück in ihre Heimat und ihr Land aufbauen. Der Sinn von Asyl ist nicht eine dauerhafte Einbürgerung, sondern den Leuten Schutz zu geben, solange der kriegerische Konflikt noch herrscht. Dieser Krieg in Syrien ist vorbei. Und das ist keine extremere Forderung als das, was ein Christian Lindner damals schon 2017 in der Bild gefordert hat. Es ist nichts anderes als das Umsetzen von Recht und Gesetz. Wir werden auch ohne Probleme mit 20, 30 Prozent weniger Menschen in Deutschland leben können. Ja, und hier wieder der klassische manipulative Ausschnitt. Haben wir schon in vielen Dokumentationen gesehen, kurz umschrieben. Hier geht es um einen Bürgerdialog, soweit ich weiß, in Gera. Das sehen wir auch da hinten. Und dort hat ein Zuschauer eine zweiteilige Frage gestellt. Der erste Teil bezog sich auf die Abschiebungen und der zweite Teil bezog sich auf den demografischen Wandel. Der aufgrund der geringen Geburtenraten in Deutschland natürlich eine Realität werden wird, wenn er das nicht ohnehin schon ist. Die Bevölkerung wird überaltern, zeugen weniger Kinder. Und aufgrund dieser Tatsache wird die deutsche Bevölkerung langfristig um mehrere Millionen schrumpfen. Darauf nimmt Höcke Bezug und sagt, es wird auch möglich sein, mit einigen Millionen weniger klarkommen zu können. Und damit bezieht er sich auf den demografischen Wandel, der aus den geringen Geburtenraten resultiert. Hier stellt man es in den Kontext der Remigration und stromahnt damit immer, dass ein Höcke irgendwie 20 Millionen Menschen abschieben wollte. Das ist und bleibt einfach falsch. Aber dieser Ausschnitt wird immer und immer wieder verbreitet, auch in den Öffentlich-Rechtlichen, die ja doch so seriös sind. Ich habe den Ausschnitt im Detail schon in einem meiner letzten Videos auseinandergenommen. Könnt gerne hier klicken, wenn ihr das nochmal im Detail erfahren wollt. Man ist eine Gemeinschaft an einem Ort, eine Gemeinschaft der Ähnlichen und ähnlich ist man geworden über kollektive Selektionsprozesse. Also ich meine, was war an dieser Aussage falsch? Den Assimilationsdruck erhöhen, heißt es bei Björn Höcke und anderen AfD-Spitzenpolitikern. Ja und was ist jetzt so skandalös daran einzufordern, dass jemand, der nach Deutschland gekommen ist, eben keine Parallelgesellschaften gründet, die Kultur achtet, die Sprache lernt und sozusagen einer von uns wird? Was genau ist daran so schlimm, Monitor? Wenn ich mich nämlich dazu entscheiden sollte, zum Beispiel nach Italien zu migrieren und dort die italienische Staatsbürgerschaft zu bekommen, dann würde ich alles dafür tun, mich mit deren Kultur und mit deren Sprache zu beschäftigen, aus Liebe zu ihrer Kultur und ihrer Sprache, damit ich mit den Leuten reden kann, damit ich mit den Leuten klarkommen kann, damit ich mit den Leuten Freundschaften und Partnerschaften knüpfen kann. Das ist Assimilation und daran ist nichts schlecht. Wir wollen wissen, wie realistisch sind die Zukunftsszenarien der KI. Vor sechs Jahren sind sie aus Libyen nach Deutschland geflüchtet. Hier wohnen sie in einer kleinen Wohnung, deren Zustand ist ohnehin schlecht. Die Kinder erzählen von Angriffen in der Schule und auf dem Heimweg. Die warten immer auf mich und sie wirfen Steine, die schlägen mich, die treten mich, die klauen meine Sachen. Ich wollte nach Hause gehen und dann hat mich halt so eine Jungsgruppe wieder befolgt, haben mich angegriffen mit Steinen und dann bin ich halt weggerannt und heulend nach Hause gekommen. Okay, welche Jungsgruppe? Warum wurde das nicht zur Anzeige gebracht? Ich kann diese Geschichten nicht für voll nehmen, wenn ich keine Belege dafür bekomme, dass sie sich so zugetragen haben. Gerade weil wir hier bei Monitor sind, bin ich hier besonders kritisch. Und das Ganze deckt sich eben nicht mit anderen Erfahrungen, die wir aus Thüringen respektive Sonneberg schon gehört haben, wie zum Beispiel von diesem Somalia hier. Wie gesagt, es fällt mir schwer, diese Geschichten zu glauben, wenn es dafür keine Belege gibt. Heutzutage hat jeder ein Handy, der könnte das filmen. Es müsste einen Polizeibericht geben, eine Anzeige geben. Die Medien hätten breit darüber berichtet, dass irgendwelche Kinderbanden irgendwelche Asylantenkinder mit Steinen bewerfen. Wir hätten, soweit ich glaube, davon schon erfahren. Aber natürlich fängt man solche unüberprüfbaren Statements natürlich sehr gerne bei Monitor ein. Und die nächste Frage, inwiefern trägt die AfD daran eine Schuld und nicht die Einzelpersonen, die, wenn diese Tat sich so ereignet hat, diese Tat ausgeführt haben? Was die Familie heute erlebt, würde sich unter einer AfD-Regierung weiter verschärfen, sagt der Soziologe Matthias Quent. Er forscht seit Jahren zur AfD und rechtsextremen Ideologien. Ja, wenn das so ist, wenn das Matthias Quent sagt, na gut. Matthias Quent kenne ich doch. Das ist doch einer meiner beliebtesten zufälligen Begegnungen in den Öffentlich-Rechtlichen. Hier übrigens auch mal wieder. Matthias Quent war der Gründungsdirektor des Institutes für Demokratie und Zivilgesellschaft in der Trägerschaft der Amadeo Antonio Stiftung, also der linksradikalen Stiftung unter Annetta Kahane, die es unter anderem als größte Bankrotterklärung der Bundesrepublik nach der Wende angesehen hat, dass über ein Drittel der Bundesrepublik weiß geblieben ist. Also schauen wir mal, was Matthias Quent zu der ganzen Sache zu sagen hat. Es entsteht ein Gefühl, vielleicht sogar eines Tages von den staatlichen Institutionen entsprechend rassistisch verfolgt zu werden, wenn die AfD die Macht übernommen hat. Ein Gefühl. Aber ist es denn faktisch dann in Recht und Gesetz verankert, das diskriminiert wird? Wäre das nicht per Definition grundgesetzwidrig und würde damit vor den Verwaltungsgerichten einfach scheitern? Und auf der anderen Seite bei potenziellen Täterinnen erfolgt damit ein Legitimierungseffekt, dass man also der Meinung ist, ja okay, also wenn das öffentlich gesagt wird, wenn die AfD mit einer solchen Agenda Wahlen gewinnt, warum soll ich mich da noch zurückhalten? Warum ist dann mein Handeln illegitim? Welche Agenda hat denn die AfD, die das Anwenden von Gewalt auf der Straße mit einbezieht? Kein Beispiel. Wir switchen einfach zur nächsten Szene. Wie würde sich der Sozialstaat unter einer AfD-Regierung verändern? Ja und damit wären wir dann beim Konzept des solidarischen Patriotismus. Das ist das Sozialsystem der AfD. Wir sehen, das Bürgergeld hat nicht dabei geholfen, die Armut in Deutschland zu verringern. Sie wächst immer weiter. Das ist also nicht der richtige Weg. So wie er Maximilian Krabel schreibt, besteht das Konzept zum Teil auch darin, Menschen wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Zum Beispiel, indem man einem Arbeitslosen eine Tätigkeit anbietet, die der Arbeitgeber vielleicht nur mit 5 oder 6 Euro bezahlt, wie zum Beispiel Rasenmähen für einen Garten-Landschaftsgärtner. Dieser sehr geringe Lohn wird dann staatlich aufgestockt in Form eines Kombilohns. Und diese Leute kommen erst mal wieder an die Arbeit. Ich bin der Meinung, dass Arbeit wichtig ist, dass Arbeit dem Tag Struktur gibt und dass Arbeit nicht zuletzt auch diszipliniert. Die AfD regiert seit einiger Zeit. Was hat sich am Umfang der Unterstützung für arme Menschen verändert? In einem karg eingerichteten Raum des Sozialamts sitzt Karin. Gegenüber von ihr sitzt Herr Meier, sichtlich besorgt. Karin? Herr Meier, ich verstehe Ihre Situation, aber seit die AfD an der Macht ist, wurden die Unterstützungsleistungen drastisch gekürzt. Ja, Herr Meier, Sie müssen sich jetzt tatsächlich einen Job suchen. Hier haben wir eine geringfügige Tätigkeit, die wir mit Kombilohn aufstocken werden, um sie für den Arbeitsmarkt wieder vermittelbar zu machen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Meier. Sie sind wieder ein Mitglied der Gesellschaft und das nur in einigen Jahren, das sogar noch in das Sozialsystem einzahlt. Herr Meier, aber was soll ich denn tun? Ich finde in meinem Alter keinen Job mehr und meine Rente reicht vorne und hinten nicht. Da ist doch auch die nächste Frage. Was hat dieser Mann die 40 Jahre davor in seinem Arbeitsleben gemacht, dass er jetzt nicht mehr zu vermitteln ist? Karin, die Mittel für arbeitslose Rentner und sozial Schwache wurden stark reduziert. Ich kann Ihnen nur noch minimale Unterstützung anbieten. Ja, wie gesagt, auch ein Herr Meier würde vom Kombilohn profitieren. Herr Meier verlässt das Sozialamt. Die Straße ist geprägt von Menschen in ähnlichen Situationen. Ja, die ganze Straße ist dann voll. Wie stünde es in einem AfD-Staat um die untere Mittelschicht? Um Geringverdiener? Um die sich die Partei angeblich besonders kümmern will? Die AfD stimmte gegen die Erhöhung des Mindestlohns. Laut ihres Grundsatzprogramms ist sie gegen eine Mietpreisbremse. Gegen eine Besteuerung hoher Vermögen. Ja, die Vermögensteuer ist verfassungswidrig und abgesehen davon vollkommen hirnverbrannt, weil das, was passiert ist, dass die Reichen dann einfach Deutschland verlassen und in Länder umziehen, in denen für sie bessere Bedingungen herrschen. Die Sozialisten wollen die Reichen immer arm machen, die Rechten wollen die Mittelschicht und die Unterschicht reicher machen. Denn wenn die Reichen gehen, geht auch ihr Reichtum und es ist keinem damit geholfen. Die Mietpreisbremse führt lediglich dazu, dass eben nicht mehr saniert wird. Und der Mietpreis würde sinken, würden wir die Migrationspolitik in dieser Form, wie sie gerade stattfindet, beenden. Und danach könnte man dementsprechend mehr Angebot in Form von neuen Wohnraum schaffen. Den zu bauen schafft ja die momentane Regierung eben nicht. Und der Mindestlohn ist natürlich noch ein Thema für sich selbst. Ich bin der Meinung, man sollte diesen Mindestlohn regional regeln, an die Wirtschaften in den einzelnen Bundesländern angepasst und nicht generell irgendetwas wie, keine Ahnung, 20 Euro fordern. Das wird für Arbeitgeber in gewissen Bundesländern nicht wirtschaftlich sein, Leute zu diesem Mindestlohn einzustellen. Da investiert man zum Beispiel, wenn es darum geht, den Rasen zu mähen, lieber in einen Rasenroboter als diesen hohen Mindestlohn zu zahlen. Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsfonds... Haha, Marcel Fratscher! Let's go, der Mann, der immer falsch liegt. Wie gesagt, Marcel Fratscher, glaube ich, kein einziges Wort mehr. Er hat im Jahr 2016 verkündet, dass die Flüchtlinge, die 2015 und 2016 zu uns gekommen sind, die Renten der Babyboomer zahlen werden. Der momentane Stand spricht eindeutige Bände, nein, das werden sie nicht. Marcel Fratscher liegt immer falsch und äußert sich nur so in dieser Art und Weise, um als wissenschaftlicher Experte eingeladen zu werden, der die AfD auf wirtschaftlicher Ebene schlecht dastehen lassen soll. Wenn die AfD ihre Konzepte, ihre Ideen in der Wirtschaftsfinanzpolitik, in der Sozialpolitik, in der Gesellschaftspolitik umsetzen könnte, dann hätten wir nicht nur ein sehr viel ärmeres Land, mit vielen Millionen Arbeitslosen, sondern auch ein viel stärker politisch und sozial polarisiertes Land. Die größten Verlierer der AfD-Politik wären gerade die Menschen, die verletzlich sind mit mittleren, geringen Einkommen. Also es gäbe viel mehr soziale Konflikte und eine deutlich höhere soziale Ungleichheit. Das wäre das Resultat der AfD-Politik. Ja, aber die soziale Ungleichheit steigt doch jetzt auch schon mit den wunderbaren sozialen Konzepten der Ampelregierung oder der vormaligen CDU-SPD-Regierung. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Und die Lösung ist nicht, die Reichen arm zu machen. Die Lösung ist, die Mittelschicht und die Unterschicht reicher zu machen. Auch gerade die, die eben nicht berufstätig sind, mit Hilfe von Kombilöhnen wieder an einfache Tätigkeiten zu gewöhnen. Ein ähnliches Konzept hat die AfD vor in Form des solidarischen Patriotismus. Ein Konzept, was Marcel Fratscher hier mit keinem einzigen Wort erwähnen wird. Wie sähe es mit den Grundrechten aus? In einem Staat, der von der AfD regiert werden würde? Ja, wie sah es denn mit den Grundrechten aus in einem Staat, der von Angela Merkel und der SPD oder von der Ampel regiert wurde in der Corona-Zeit? Wie sah es da mit den Grundrechten aus, Monitor? Wurde da vielleicht ein verfassungswidriges Infektionsschutzgesetz abgestimmt, was laut der Expertenkommission des Bundestages zur Aufarbeitung der Maßnahmenpolitik de facto verfassungswidrig war? Wie sah es mit den Grundrechten aus, als man Leuten den Zutritt zu Restaurants und Geschäften verwehrt hat, sofern sie sich nicht haben testen lassen, ihr Gesicht verhüllt haben oder sich haben impfen lassen? Wie sah es mit den Grundrechten aus, als der Staat im Bundestag abgestimmt hat, um die Leute hineinzugängeln, bei der Politik mitzumachen und sich impfen zu lassen? Wie sah es da mit den Grundrechten aus? Wie würde es für kritische Stimmen bedeuten, für Medien und Journalisten, für die Meinungsfreiheit? Jetzt haben schon 50 Prozent der Bürger das Gefühl, dass sie ihre Meinung gerade in Reizthemen wie Migration nicht frei äußern können, weil ihnen Repressionen entgegenkommen. Auch dazu hat die künstliche Intelligenz ein Zukunftsszenario entworfen. Natürlich hat sie das. Die AfD regiert in Thüringen. Welche Auswirkungen hätte das auf die Pressefreiheit? In einem Redaktionsbüro herrscht eine angespannte Atmosphäre. Journalisten blicken hin und wieder besorgt zu ihrem Chefredakteur, Herrn Weber, der in ein Telefonat vertieft ist. Herr Weber? Verstehe. Ja, aber das schränkt unsere Berichterstattung erheblich ein. In Ordnung, ich werde es dem Team mitteilen. Er tritt aus seinem Büro. Herr Weber? Leute, wir müssen über einige Änderungen sprechen. Es gibt jetzt Richtlinien für unsere Berichterstattung. Journalistin? Ja, und die gibt es in den Öffentlich-Rechtlichen jetzt gerade nicht. Ich meine, wir haben doch einen ganz aktuellen Fall aus Bad Oeynhausen. Da hat die Polizei den mutmaßlichen Haupttäter bereits gefasst. Es handelt sich um einen mehrfach polizeibekannten Syrer, der 2018 nach Deutschland gekommen ist. Das wird auch transparent bei der Welt so kommuniziert. Aber in den Redaktionsstuben der Tagesschau hat man sich offenbar dafür entschieden, diese Information auszusparen. Das geschieht ja nicht aus Versehen. Also da gibt es ja jetzt schon Vorgänge, bei denen man darüber diskutieren kann, ob durch politische Einflussnahme von verschiedenen Redakteuren die Berichterstattung verzerrt wird oder extra wichtige Fakten ausgespart werden. Ja, als wäre es heute nicht auch so. Also auch wieder ein sehr offenbarendes Zukunftsszenario. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass die eben jetzt regierenden Kräfte in Deutschland eben genau diesen Einfluss haben. Und ich denke, man muss wirklich naiv sein, um davon auszugehen, dass dieser Einfluss nicht auch ausgeübt wird. SPD und CDU-Freundeskreise in Rundfunkreden werden sicherlich ein Wörtchen mitzusprechen haben in den Redaktionen, inwiefern oder ob über irgendwelche Fälle berichtet wird. Bei der Berichterstattung von Sylt hat man die gesamte Republik in Unruhe versetzt, weil ein paar Leute döp-döp-döp gegrüllt haben. Man hat die Persönlichkeitsrechte dieser Menschen nicht gewahrt. Man hat die Videos mit Gesicht gezeigt, sich danach gerechtfertigt, dass es sich um ein zeitgeschichtliches Ereignis handeln würde, was übrigens im Nachhinein natürlich nicht rechtmäßig war. Während man sich dann aber in Fällen wie dem Anschlag von Mannheim eher darauf fokussiert, Michael Stürzenberger, den Geschädigten als bösen Menschen zu stilisieren. Dokumentiert in diesem Video hier, könnt gerne draufklicken. Also was glaubt ihr, finden diese Gespräche nicht schon längst in den öffentlich-rechtlichen Redaktionen in dieser Form statt? Dass Tabuthemen ausgespart werden, man lieber politisch-narrativgetreu berichtet? Ich meine ja. Eine AfD-Regierung, die Druck auf kritische Journalisten ausübt, bestimmt, was und wie berichtet wird. Das heißt, die momentane Regierung kann diesen Druck also auch ausüben, wird ihn also auch ausüben und kann also auch zum Teil mitbestimmen, was und wie berichtet wird. Gut zu wissen, Monitor. Der extrem rechte Publizist Jürgen Elsässer wurde freudig empfangen. Ja, man sieht ihn gerne, weil er der AfD halt kein reinwirkt, sondern wahrscheinlich eher pro AfD ist. Ja klar, wie gerne sieht man denn einen Kompakt-Journalisten oder einen News-Journalisten auf einer linken Veranstaltung? Freiheit offenbar nur für jene, die im Sinne der Partei berichten. Uns dagegen versuchte man hier den Zutritt zu verweigern. Ja, weil die Öffentlich-Rechtlichen noch keinen einzigen fairen Beitrag über die AfD respektive Björn Höcke gemacht haben und Björn Höcke jetzt einfach den Öffentlich-Rechtlichen keine Interviews mehr geben möchte. Das haben die sich halt auch einfach verspielt. Zum anderen wird hier nur von einem Versuch gesprochen. Heißt das also nicht im Endeffekt, sie sind dann doch reingekommen und das Argument von ihnen zerfällt? Weil sonst hätten sie ja gesagt, sie wurden dann auch nicht reingelassen. Na gut, kann ich schwer überprüfen. Vor dem Saal kam uns der AfD-Bundestagsabgeordnete Jürgen Pohl entgegen. Nach zwölf... Wie ist das? Zwölf Monate nach Thüringen gewählt und wir können hier in den Rückschlag den Lundfunk-Staatsvertrag, den Witz, wollte ich unbedingt heute reißen. Nur ein Witz oder meinst du das alles? Das meine ich ja. Ja, ihr seid dann halt euren Job los. Tut uns leid an der Stelle. Aber das ist ja nun mal die freie Entscheidung einer Regierung, die dann Regierungsmacht hat. Der Öffentlich-Rechtliche muss grundlegend neu aufgebaut beziehungsweise reformiert werden und die Leute sollen nicht zur Kasse gebeten werden für ein Produkt, was ihnen erstens nicht gefällt und für das sie sich nie frei entscheiden konnten. Das ist einfach nicht gerecht. Von daher in meinen Augen geht da nicht viel verloren. Lokalfernsehen kann auch immer noch kommunal organisiert werden oder auf Landesebene staatlich bezuschusst werden. Das kann ja noch funktionieren. Aber das Prinzip Öffentlich-Rechtlicher mit GEZ, wo man bei Nichtzahlung auch gerne mal im Falle von Dioktil hinter Gittern wandert, das muss ein Ende haben. Den Rundfunk-Staatsvertrag kündigen? Die Meinungsvielfalt einschränken? Könnte ein AfD-Ministerpräsident das einfach so? Naja, was heißt Meinungsvielfalt einschränken? In den Öffentlich-Rechtlichen bekommen die Leute ja nur eine Meinung mitgeteilt und dies in der Regel links der Mitte. Im Öffentlich-Rechtlichen gibt es ein Format namens Monitor, was wir gerade schauen, aber kein Format, was genauso rechts ist wie Monitor links. Das ist nicht ausgeglichen. Man bemüht sich ja noch nicht mal. Stattdessen werden die Rundfunkgebühren verprasst, um prunkvolle Büroetagen auszubauen. Stichwort Patricia Schlesinger beim RBB. Intendantengehälter, die höher sind als das Einkommen eines Bundeskanzlers. Der Öffentlich-Rechtliche hat zusammen mehr finanzielle Mittel zur Verfügung als die gesamte, davon abseits existierende Medienlandschaft in Deutschland. Da müssen die halt zu einem normalen Arbeitgeber werden, dessen Profit darin besteht, dass das Angebot auch attraktiv ist. Jetzt können sie einfach irgendwelche Dinge produzieren, egal welches Budget, dann soll der Öffentlich-Rechtliche in ein privatwirtschaftliches Milieu umsteigen und tatsächlich durch Qualität überzeugen. Und dann werden wir sehen, wie gut er sich hält. Aber wie gesagt, also ich wundere mich jetzt persönlich, warum man sich darüber wundert, dass man die Rundfunkanstalten nicht weiter durch Zwangsgebühren finanziert von den Bürgern finanzieren lassen möchte, die die eigene Partei immer als die absoluten Unmenschen darstellen wollten. Also dieses Grab hat sich der Öffentlich-Rechtliche, zumindest in Thüringen, auch zu einem gewissen Grad selbst geschaufelt. Aber auch auf private Medien könnte eine AfD-Regierung Einfluss nehmen, so Steinbeiß. Zum Beispiel durch die Finanzierung und das Aufkaufen von Medienunternehmen. Äh ja, und die Medienhäuser können sagen, nein, wir wollen euch nicht als Anteilhaber und wir wollen nicht mit euch zusammenarbeiten. Das ist ihre Freiheit. Und natürlich wird auch jetzt schon politischer Einfluss auf private Medien ausgeübt. Insofern, als dass sie sich ihr Prestige eben verspielen, sollten sie zum Beispiel mit AfD-Sympathisanten reden. Wie zum Beispiel neulich passiert bei unserem lieben Freund Irfan Pezi, der eigentlich für das Galileo-Format 10 Fragen auftreten sollte. Mich hat diese Produktionsfirma, die für Galileo produziert, wird angefragt für dieses Format 10 Fragen. Und dann hat sie so telefoniert und dann meinte die irgendwie so, ja, ich habe gesehen, sie haben auch Fotos mit AfD-Politikern. Ich habe gesagt, was hat das damit auf sich? Ich so, ja, ich bin kein Mitglied, ich habe keine Funktion, aber ich unterstütze die AfD, weil die macht für mich die vernünftigste Politik. Ja, okay und so weiter. Und dann kam heute eine Absage. Ich wollte Ihnen mitteilen, dass wir unsere Drehanfrage in Sie zurückziehen werden. Der Hauptgrund ist, dass Sie ein Sympathisant der AfD-Partei sind. Wir distanzieren uns zu 100 Prozent von dieser Partei und möchten deshalb nicht durch die politische Gesinnung unseres Drehpartners damit in Zusammenhang gebracht werden. Also wer hat denn hier Einfluss auf Galileo genommen? Ich würde nicht sagen, dass es ein direkter Einfluss der Regierung war, sondern ein indirekter Einfluss durch das Klima, was diese Regierung erzeugt hat, indem man die AfD als die absoluten unmenschlichen Antagonisten des freien Westens und der Demokratie aufgeladen hat und sie so noch nicht mal mit Leuten reden wollen, die Fotos mit AfDlern haben, ohne überhaupt Mitglied zu sein. Und ich würde an dieser Stelle sagen, da der Beitrag jetzt schon eine halbe Stunde lang ist, machen wir hier einen Cut. Ich denke, es wird euch nicht verwundern, wenn ich sage, der Beitrag wird nicht besser. Aber man könnte hier über diesen Beitrag wahrscheinlich noch eine weitere Stunde reden. Ich erspare euch das an der Stelle. Ich glaube, ihr habt die Idee verstanden. Das Monitor hier versucht, ChatGPT mehr oder weniger als Autoritätsargument für realistische Zukunftsszenarien zu etablieren. Ganz im Sinne von, ey, schaut mal, die künstliche Intelligenz, die gefüttert wurde mit unseren Meinungen, sagt genau das, was wir über die AfD sagen würden. Und daher sind diese Zukunftsprognosen für uns realistisch genug, um ihren Weg in unsere Dokumentation, oder sollte ich lieber sagen, unseren linksaktivistischen Beitrag zu finden. Aber zum Glück hat uns ChatGPT mitgeteilt, dass jemand, der der KI alles glaubt, einen IQ von 80 hat. Von daher mache ich mir jetzt nicht die größten Sorgen, dass sich irgendjemand von euch durch diesen Beitrag hat beeinflussen lassen. Aber es ist auch interessant zu beobachten, mit welchen absurden Mitteln man es jetzt mittlerweile versucht. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, ein bisschen Monitor-Propaganda-Obduktion schadet nie und f*** PC. Auf Wiedersehen. Das war's.